Willkommen zurück bei The Last Guardian. Wir gucken mal ganz kurz, wo wir aufgehört haben, beziehungsweise wo er gespeichert hat. Ich hab nämlich nach längerer Zeit doch dann tatsächlich jedes Mal wieder die Playstation ausgemacht. Und das bedeutet so viel wie... Ich muss jetzt erstmal eben gucken, wo er denn hier abgespeichert hat. Ach, ich erinnere mich. Wir haben jetzt Trico alleine gelassen. Ach, wir sind so raben. Und dann sind wir aber irgendeine Treppe, über eine Wendeltreppe hochgelaufen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oh. Die waren wir eigentlich schon oben. Lauf. Genau, die waren wir hochgelaufen. Konnten wir nicht sogar irgendwie laufen, ne? Das sieht nicht nach Laufen aus. Das sieht eher aus nach... Das sieht eher aus nach... Lass mich doch einfach schnappen. Maut, wir fangen jetzt hier nicht runter. Dankeschön. Ach, richtig. Hier oben ging's aber auch gar nicht weiter und ich bin einfach irgendwo runtergesprungen. Genau, ich erinnere mich doch wieder. Wohin müssen wir denn? Eine sehr gute Frage. Wenn ihr mich fragt, ist die Frage unglaublich gut, weil ich hab nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Antwort lautet. Ja, ich bin hier runtergelaufen. Entschuldigung, ich erinnere mich. Oh cool, ich kann ihn auch rammen. Scheinbar kann ich ihn aber nicht runterschmeißen. Das ist schade. Oh, come on, dude. Come on. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Leben. Ich glaub fast, der will mich zur Tür bringen, oder? Ich weiß es nicht genau. Muss ich da irgendwo rüberspringen? Hier hin? Oh ja, ich hab's gefunden. Oh, da ist springen, okay. Okay, wir haben's rausgefunden. Ja, mhm. Aber da. Übrigens für die Leute, die Livestreams von mir interessieren. Ich streame ab sofort nicht mehr auf Smashcast. Ich streame ab jetzt ausschließlich nur noch auf www.twitch.tv slash Oh, slash. Scheiße. Äh, slash Hedi92LP Geh weg. Ich kann ihn einfach rammen. Also. Twitch.tv slash Hedi92LP So heiße ich bei Twitch. So streame ich bei HolyWhat Äh, bei Twitch. Und, wow, das war close. Ähm, ja. Genau. Also, wen's interessiert, beispielsweise kommt heute Abend, wenn ich mich jetzt nicht ganz in der Zeit vertue, kommt heute Abend ein Stream, beispielsweise. Ähm, ja. Genau, heute Abend kommt ein Stream. Kommt der Part morgen? Ja, der Part kommt. Ja, 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 doch. Ist alles richtig. Ja. Das war knapp. Wo kommt der her? Wo kommt, wo kommt der her? Was soll das? Wo kommt der her? Geh weg. Was so? Das war jetzt uncool. Äußerst uncool. Das ist unglaublich uncool. Komm schon. Was soll das? Oh, die müssen mich nur zu der Tür tragen, ne? Ich bin tot. Nein, noch nicht. Oh mein Gott. There was too close for comfort. Was zum? Ja, leck mich doch in de... Oh, das war nicht meine Absicht. Das tut mir leid. Ähm, nein. Da hab ich jetzt ein bisschen zu viel Batten-Button smashed. Ähm, dann. Wow. Okay, versuchen wir's nochmal. Ich mag die Gegner irgendwie nicht. Also irgendwie... Kann ich einfach schleichen? Nein, kann ich nicht. Ach, komm schon. Button smashen. Oh, mir ist auch die Button smash. Ist mega. Einfach zappeln. Hallo? Wolltest du mich in Ruhe lassen? Und jetzt einfach laufen. Nicht... Nicht irgendwie rollen oder so. Einfach laufen. Hör ich da gerade Trikot? Ich behaupte, ich höre da gerade Trikot. Ja. Oh. Oh, der wird dir... Der wird nicht mein Trikot ab. Das ist ne Drache. Der muss auf jeden Fall halten. Jetzt hält vermutlich der hier. Jetzt... So. Machen wir mal Trikot. Sehr schön. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein. Das ist nicht unbedingt das, was ich wollte. Nein. Nein. Ach, jetzt springt er auf einmal dahin. Danke Trikot. Dass du hier für mich aushältst. Und du hast ganz viel. Ich muss mal eben die Sperre entfernen. Obwohl ich weiß nicht, ob das Schlau ist, das hier zu machen. Wenn du da hättest du hier noch gar nicht tun sollen, sondern er ist drinnen. Komm mal her Trikot. Ich muss doch mal eben irgendwie... Ich muss mal eben auf seinen Kopf irgendwie... So weigerst du dich aber irgendwie gerade. Kann ich da... Wo bin ich? Nein, hier wollte ich nicht hin. Ganz eindeutig nicht. Wie lange schafft es Trikot hier festhängen zu werden? Okay. Okay, das war anscheinend vom Spiel nicht ganz gewollt, was ich da getan habe. Aber, ja. Ich kann hier einen Hebel bewegen. Um irgendwas zu tun. Keine Ahnung. Wofür ist das hier da? Wahrscheinlich im Ordentlichen hier runter zu kommen, ne? Keine Ahnung. Ich geh mal eben vor sich selber hoch. Was ich da jetzt irgendwas übersehen habe. Keine Ahnung. Mal schauen. Ob wir da irgendwas finden. Irgendwie noch einen Hebel oder einen Schalter oder... Ne, jetzt irgendwie nicht, ne? Komm, Trikot. Gehen wir weiter. So. Kann Trikot eigentlich sterben, ohne dass ich irgendwie... Also, ich weiß das noch nicht. Also, vielleicht hätte ich es gerade echt geglitscht bekommen. Ich weiß es nicht. Wo sind wir hier? Also, ja gut. Die Frage kann ich mir eigentlich immer stellen, weil... An sich weiß ich ja nie, wo wir jetzt gerade sind, aber... Also, ich weiß es nicht, ob wir jetzt... Ich weiß es nicht, ob wir jetzt hier. Also, ich weiß es nicht, wo wir jetzt... Okay. Also, wir sind... Kass. Hungrig. Kurze Frage, was will ich jetzt hier oben? Hatte das gerade irgendeinen Sinn, einen Zweck hier runter zu... Ähm, ich, äh, bin gerade nicht sicher, ob ich... Hehehe. Hä? 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 Jetzt bin ich... Jetzt bin ich offiziell überfordert. Oh, was? Jetzt zeig ich gar nichts mehr. Ich kann... Okay. Scheinbar muss ich erst irgendwas anderes tun, das hier. Zum Beispiel... Hier dran ziehen. Ich habe verstanden, dass du hungrig sprichst. Es bringt mir gerade nur herzlich wenig. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ähm... Houston, wir haben ein Problem. Ja, fertig gesagt. Hier ist eine Kette. Und wohin will ich mit dieser Kette? Oh, mein Bein ist gebrochen. Ja, mach mal hier schnell heilen und so Ja, Triko, ich würde dir echt gerne was zu essen geben Bitte friss nicht mich, aber Ich verstehe halt gerade nicht Was ist denn hier? Was ist das denn hier? Kann ich das Ding da gebrauchen? Eine Leiter? Für was eine Leiter? Da ist zwar eine Brücke, aber da komme ich ja gar nicht erst hin Okay, komme ich da durch Aha Okay, sorry Das ist Oh, Loch Vielleicht sollte ich nicht in das Loch springen Vielleicht sollte ich nicht in das Loch springen sagte er und sprang Wohin mit mir? Ich habe jetzt ein Fass gefunden immerhin Das kann ich scheinbar nicht werfen Das ist tatsächlich die Frage Aber wie kriege ich das Fass denn jetzt dann hier raus? Wir kennen das hier Im Labyrinth immer erst rechts gehen Oder sollen wir die Schmetterlinge den Weg weisen? Ich habe keine Ahnung Also so ganz funktionieren scheint es nicht Ach, das kannst du Was ist das da hinten? Wo muss ich denn hin? Nicht runterfallen Ich habe irgendwie das Gefühl Ich bin gerade nicht Also entweder mag die Kamera mich hier nicht oder Das ist der Weg Ich muss hier lang Und wie komme ich hier hin Indem ich das da rüber werfe oder was Ich weiß es nicht Ich habe keine Ahnung ob das gewollt ist was ich hier gerade tue Ich habe ernsthaft keinen belassenen Schimmer ob das was ich hier gerade tue gewollt ist Ich behaupte fast nein Ich glaube nicht dass das was ich hier gerade tue wollte Das ändert nicht daran dass ich trotzdem gerade weiter versuche weil ich mich gerade irgendwie ansonsten keine Ahnung habe was ich eigentlich tun soll So viel fehlt da gar nicht Ich muss das ja nur da irgendwie hochbekommen Leck Leck mich Genau so muss ich es da hochbekommen tatsächlich Ja Das ist richtig Das kann nicht wahr sein Wie kriege ich das denn da hoch und dass es wegrollt Ah Das ist gar nicht so was Warte mal Versuchen wir es mal so Ja Entweder ist es tatsächlich sogar so gedacht Also nicht Keine Ahnung Wo bin ich jetzt Komm schon Du it Ah ok Irgendwie Irgendwie Ihr schafft Glaube ich Für eine einzige Kiste Moment Aber jetzt bin ich hier falsch Ich muss jetzt noch hier rüber Na Komm schon Komm schon Kleiner Enttäusche mich ehrlich Komm Ich hab was zu futtern für dich Du stehst wieder auf Alles gut bei dir Träger Jetzt haben wir aber die nächste Frageträger mein Freund Ich hab nämlich keine Ahnung wo ich jetzt hin sage Wie wär's mit Ich hab' nicht Ich hab' keine Ahnung was ich tun Ich hab' keine Ahnung was ich tun ich habe absolut keine ahnung was ich tun soll ich habe hier eine kette ich habe absolut keinem lassen was ich gerade tun soll Tja hm ja Trikot keine Ahnung was ich mit dir machen soll aha vielleicht habe ich doch eine Ahnung ne ich komme da nur mit Trikot hoch wahrscheinlich ja da komme ich wahrscheinlich nur mit Trikot hoch und das heißt ich muss das irgendwie anders öffnen ich habe nur leider keine Ahnung wie eventuell hat das irgendwas mit dem Ding hier zu tun ich meine viel Möglichkeit ist ja nicht was bringt es mir jetzt hier hoch zu gehen eigentlich ja nicht ja da denkt sich Trikot auch nur man ist das ein Idiot ich habe ja wir machen hier einen Cut ich habe ja wir machen hier einen Cut wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin wir schon in den Videos euer Hedy ich habe ja Vielen Dank.